Hallo zusammen, als allererstes möchte ich mich bei Manjan Liebrand bedanken dafür, dass er mich nominiert hat. Er ist ernsthaft der Meinung, ich mit meinen zarten 42 Jahren kumpe hier hinter mir noch ins Wasser ein. Wie auch immer, ich nominiere jetzt trotzdem drei Leute. Als allererstes nominiere ich unsere Luzerner Nationalrätin, die Yvette Estermann. Ich denke, sie macht auch Spass sicher mit und ist sicher in ihrem Leben als das eine oder andere mal ins kalte Wasser gerührt worden. Als zweites nominiere ich unser allseits beliebter Stadtrat Adrian Borgula. Mich denke, vom vielen Velofahren ist er in letzter Zeit vielleicht ein bisschen überhitzt und ihm würde vielleicht eine Abkühlung im Wasser ganz gut tun. Als drittes nominiere ich Nathalie Hafner aus St. Gallen. Sie ist eine, die schnell mal auf 180 oben ist und ich denke, wir können sie das ja gerade nutzen, wenn sie mal so richtig verrückt ist, dass sie sich wieder ein wenig abkühlen und den kühlen Kopf im Wasser bekomme. Gut, das wäre es eigentlich gewesen. Ich denke, es bleibt mir nur noch übrig, euch ein schönes Wochenende zu wünschen und geniessen das Wetter. Tschüss zusammen!